Mal so ein kleines Schwenk in der Heimat gemacht. Da vorne das Hochhaus, das ist das Krankenhaus Großumstadt. Das Kaffee jetzt hier vorne ist Lengenfeld mit dem weißen Kirschturm. Dann kommt jetzt da unten die Heidenmühle. Dann der schöne Otzberg. Da ist er. Jetzt weiter rum. Da kommt jetzt Niederklingen da unten. Und hinter Niederklingen kommt Oberklingen. Das sieht man gar nicht so. Aber man sieht da die Höhenzüge. Da sind die Hügelgräber drauf. Wo ich die Windräder hin mache. Da gibt es dann die Riesenbürgerinitiative. Bei uns kommt der Atomstrom aus der Steckdose. Die Ökos. Irgendwo muss die Energie herkommen. Da müssen auch die Windräder gebaut werden. Unbequeme Wahrheiten. Aber heute. Dank Corona ist es ruhig. Schön und ruhig. Da ist ja nochmal der schöne Otzberg. Wohnen wo andere Urlaub machen. Schön ist da bei uns. Und so ruhig. Som. Musik 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 Musik